Hallo und herzlich willkommen. Heute präsentiere ich euch keine alte Ansicht von Hadamar, zumindest keine, die wir hier im Kanal nicht schon mal erwähnt hätten oder gezeigt hätten. Vielmehr ist es mal wieder Zeit für ein Video aus der Reihe Erratum, als Supplementum. Also, um es mal verständlich auszudrücken, das sind Folgen, in denen ich Ergänzungen und oft auch Berichtigungen zu Videos und zu Ansichten veröffentliche, die wir hier auf dem Kanal schon mal gesehen haben. Ich weiß, das ist nicht ganz so populär, das sehe ich an den Klickzahlen, aber ich denke, das ist notwendig, denn es kommt immer mal wieder vor, dass ich irgendwelche Dinge auf den Postkarten falsch interpretiere oder dass mir Sachen nicht bekannt sind. Und inzwischen ist es glücklicherweise so, dass ich Kontakt mit sehr vielen Menschen habe, insbesondere auch mit älteren Menschen, die vielleicht Dinge, die auf den Bildern zu sehen sind, noch aus eigener Ansicht kennen und die mir da viele Korrekturen und weitere Hinweise auf das mitteilen, was ich im Video dann nicht oder falsch erwähnt habe. Also dafür zunächst auch schon mal vielen Dank. Und mit einem Zuschauer habe ich mich neulich auch länger darüber unterhalten. Das ist natürlich ein Problem bei Videos, anders als jetzt bei einer Webseite, die man immer wieder überarbeiten kann oder bei einem Artikel auf Wikipedia, wo ich ja auch relativ aktiv bin, auch mit Hadamara-Themen. Diese Videos, die stehen erst mal so da, wenn ich die gemacht habe, wenn die hier hochgeladen sind und können dann nicht mehr verändert werden. Das heißt, Fehler oder Leerstellen in diesen Videos, die kann ich nicht einfach so nachträglich in demselben Video wieder ergänzen. Und deshalb gibt es diese Reihe Erratum et Supplementum. Außerdem vielleicht noch ein paar Takte zur Kanalentwicklung. Also da freue ich mich sehr und bin sehr dankbar. Mein Kanal VT Aktuell hat 119 Abonnenten inzwischen. Das finde ich ganz großartig. Damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass es so viele werden. Natürlich ist das eine sehr, sehr kleine Zahl verglichen mit den großen Unterhaltungs- oder Informationskanälen auf YouTube. Aber man muss, denke ich, immer bedenken, dass wir ein sehr spezielles Thema haben. Die Lokalgeschichte von einer kleinen Stadt, die nur sehr wenige Menschen insgesamt und auch in der Stadtbevölkerung von Hadamara nur sehr wenige Menschen interessiert. Und dafür finde ich diese 119 Abonnenten schon ganz, ganz großartig. Das bringt auch kleine technische Veränderungen mit sich. Durch die Zahl von 100 Abonnenten, die überschritten worden ist, war ich in der Lage, mir bei YouTube eine individuelle Adresse dieses Kanals anzulegen. Also das ist ja so, wenn man den Link zu dem Kanal teilt, ist das eigentlich bei YouTube eine sehr krude und seltsame Kombination aus Zahlen und Buchstaben. Und das hat sich jetzt ein wenig verbessert. Also dieser Kanal ist jetzt auch unter dem Link vtaktuell auf YouTube zu finden, beziehungsweise ganz genau ist es halt www.youtube.com dann slash c slash vtaktuell. Also wer die Adresse des Kanals irgendwie unter Bekannten oder sonst wo verteilen will, hat es jetzt ein bisschen einfacher. Außerdem, und damit komme ich dann zum Ende der Vorrede, muss ich mich entschuldigen, momentan ist die Video-Hochlad-Frequenzen nicht allzu hoch. Ja, es ist mal wieder Sommer. Ich habe im Garten zu tun, beruflich ist auch eine Menge los. Also insofern habe ich hier auch anders als die schon erwähnten YouTube-Kanäle eine sehr niedrige Frequenz, aber es ist ja auch ein Hobby-Projekt und deshalb mache ich mir da gar keinen Druck. Wenn ich es so grob schaffe, ein Video im Monat in etwa hochzuladen, bin ich da schon sehr, sehr zufrieden. So, jetzt aber wirklich genug der Vorrede. Kommen wir zu den Aufnahmen, die wir hier schon mal länger behandelt haben und zu denen sich ein paar neue Erkenntnisse oder Korrekturen ergeben haben. Kommen wir zunächst zu der Aufnahme der Grundschule in Hadamar. Da haben wir ja schon festgestellt, die Aufnahme muss sehr kurz nach dem Bau des Schulgebäudes entstanden sein, also kurz nach 1954, also wahrscheinlich noch 1954, vielleicht 55, vielleicht 56. Was wir auch auf der Aufnahme gesehen haben, ist, dass dort nur ein Teil des heutigen Grundschulgebäudes zu sehen ist. Also wurde das Haus in mehreren Bauabschnitten erstellt und da habe ich jetzt auch von mehreren Zuschauern Kommentare bekommen. Es konnte mir niemand genau sagen, wann der zweite Bauabschnitt, also der Teil des Gebäudes, zur Neunengasse hin erstellt wurde. Aber alle, mit denen ich gesprochen habe, sind sich ziemlich sicher, dass das nur sehr kurz nach dem Bau des ersten Schulabschnitts gewesen sein kann. Also wohl spätestens in den frühen 1960er Jahren, vielleicht oder wahrscheinlich sogar noch in den 1950ern, wurde das komplette Schulgebäude so, wie wir es heute sehen, beziehungsweise heute ist es ja schon wieder um einen weiteren Anbau erweitert, der erst ein paar Jahre alt ist. Aber dieses ursprüngliche, langgezogene Schulgebäude in den beiden ersten Bauabschnitten, das muss wohl schon in den späten 1950ern oder spätestens in den frühen 1960er Jahren so errichtet worden sein. Dann kommen wir zum Gebäude des Marstalls beziehungsweise des heute so bekannten Restaurants Vohlenhof. Das haben wir ja in mehreren Aufnahmen gesehen und behandelt, insbesondere in der mit dem Rollkutscher Franz Schneider, der Blick über die Brücke hinweg. Und da sind mir ja schon Veränderungen an der Fassade im heutigen Zustand gegenüber dem aufgefallen, was auf den Fotos zu sehen ist. Das Vohlenhofgebäude, das sieht ja erstmal wie ein original historischer Bau aus, aber wir haben ja schon gesehen, dass sich da an den Fenstern und an der Turmhöhe und an dem Dach einiges geändert hat. Und wie mir jetzt auch von Zuschauern bestätigt wurde, wurde dieses Gebäude nahezu komplett abgerissen und wieder auf der gleichen Stelle und größtenteils aus den gleichen Bruchsteinen, die aus dem Ursprungsgebäude stammten, neu aufgebaut. Das war in etwa in der Mitte der 1980er Jahre, also 1984 in etwa. Und deshalb sieht der heutige Vohlenhof zwar auf den ersten Blick alt aus, aber daraus erklärt sich zum Beispiel, dass der Turm, so wie er heute zu sehen ist, deutlich anders aussieht als auf den alten Aufnahmen. Also der ist deutlich höher geworden und das ist wohl eine Folge dieses nahezu kompletten Neuaufbaus in den 1980er Jahren. Das hat mir auch Michael Fritzen bestätigt. Der stammt aus Hadamar und hat in den 1980er Jahren schon viele Fotos gemacht, von denen ich mir einige anschauen durfte und auch nach seiner Erinnerung und Dokumentation wurde da unter anderem die Höhe des Turms bei diesen Bauarbeiten erheblich verändert, also erhöht. Und in dem Brückenvideo habe ich ja auch erwähnt, dass sich am heutigen Vohlenhof Pfeilerreste finden, also dort, wo die Brücke in die Gymnasiumstraße übergeht. Ich habe das so interpretiert, dass das möglicherweise Reste eines Tors der Stadtmauer sind, die damals eine Öffnung hatte an der hölzernen Vorgängerbrücke, der heutigen Schlossbrücke. Aber da bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz so sicher, denn es könnte gut sein, dass im Rahmen dieses Neubaus in den 80er Jahren diese Pfeilerreste einfach an dieser Stelle eingebaut wurden, obwohl sie vorher ganz woanders auf dem Gelände standen. Also diese Aussage ist durchaus mit Vorsicht zu genießen. Kommen wir dann zum nächsten Foto. Das ist vom Oberacker aus entstanden und steht in engem Zusammenhang mit der Aufnahme der neu gebauten Grundschule. Das habe ich ja auch schon in dem Video erwähnt, dass wir dort eine Aufnahme sehen, die diesen Platz noch ohne das Schulgebäude zeigt, aber wohl kurz vor dem Bau der Schule. Und da habe ich die Ergänzung bekommen, auch von Michael Fritzen, auch dafür nochmal herzlichen Dank, dass der Fotograf wohl tatsächlich im Bereich des heutigen Haupthauses des AWO Sozialzentrums gestanden haben muss. Da war früher wohl ein Feldweg, an dem auch einige Gärten lagen. Das ist ja auch ein Punkt, den ich immer wieder erwähne. Hadamar war damals wie wahrscheinlich vergleichbare andere Städte und Dörfer auch an vielen Stellen von relativ ausgedehnten Gartengrundstücken umgeben, mit denen sich die Bevölkerung selbst versorgte. Und so war es auch an der Stelle, wo heute das AWO Sozialzentrum auf dem Oberacker steht. Und dieser Weg, an dem die Gärten lagen, der führte auf einer Anhöhe und direkt an die Oberkante des Kalksteinbruchs. Und von dort aus konnte man wohl sehr gut die gesamte Stadt überblicken. Und genau diesen Umstand dürfte sich damals der Fotograf zum Nutze gemacht haben, um diese Aufnahme anzufertigen. Und nun als letztes noch eine Ergänzung zu einer sehr alten Postkarte. Das ist eine Stadtansicht, die im Jahr 1916 zumindest als Postkarte verschickt wurde. Das Foto an sich wird ein bisschen älter sein. Da habe ich wohl zwei Scheunen verwechselt. In diesem Bild ist eine Scheune zu sehen, die direkt am Rand des Gartens lag, der zum Josefshaus gehörte, also zum Hospital. Ich markiere die euch auf der Aufnahme auch mal. Damals hatte ich als Vergleiche ein paar jüngere Aufnahmen herangezogen und gemeint, dort diese Scheune wiederzuerkennen. Aber das auf den jüngeren Aufnahmen muss wohl eine Scheune sein, die an der Nonnengasse stand. Das sind also zwei verschiedene Gebäude. Außerdem, auch mithilfe von Michael Fritzen, ist es mir gelungen, Häuser zu identifizieren, die ich auf dieser Aufnahme bei Minute 13 in etwa kurz behandle. Ich versuche euch mal, wenn mir das technisch gelingt, genau die Stelle in diesem Video hier zu verlinken. Also diese Häuser und Hausdächer vor dem Hammelburger Tor, jetzt von stadtauswärts gesehen, das sind die Dächer des Bauernhofs Weiher. Und ganz rechts noch zu sehen, das ist ein Stück von einem roten Dach. Das gehörte wohl zum Bauernhof Tripp. Der stand an der Stelle, wo sich heute der ältere und kleinere Parkplatz der Stadthalle befindet, also quasi fast direkt vor dem Hammelburger Tor. Und diesen Gebäudekomplex, den sehen wir auch auf der Aufnahme von meinem jüngsten Video. Da haben wir ja einen Blick, einen fotografischen Blick durch das Hammelburger Tor von außen hindurch. Und diese Häuser, die dort auf der rechten Seite zu sehen sind, das dürfte die Fassade des Bauernhofs Tripp sein. Ja, und das war es dann auch schon wieder. Ich hoffe, ich habe einige Fehler korrigieren und euch noch ein paar interessante Ergänzungen geben können. Beim nächsten Mal, und das verspreche ich, gibt es dann auch wieder eine neue historische Aufnahme. Ich war da recht erfolgreich auf Ebay, habe da noch ein paar interessante Postkarten ersteigern können, die, glaube ich, neue Ansichten von Hadamai in alten Tagen zeigen, die wir hier so noch nicht hatten. Also das wird nochmal ganz spannend. Trotzdem möchte ich abschließen mit einem Appell. Es freut mich immer wieder, und es passiert zum Glück inzwischen öfter mal, dass mir jemand ältere Aufnahmen aus dem persönlichen oder aus dem Familienfundus zur Verfügung stellt. Da freue ich mich natürlich auch immer. Also ich brauche keine Originalfotos. Das reicht, wenn ihr das einfach abfotografiert oder abscannt oder auch hier mal persönlich vorbeibringt. Und dann fotografiere ich das ab. Also sowas ist auch immer sehr wertvoll. Vor allem auch, weil ich dann bei nicht ganz so alten Aufnahmen auch keine Probleme mit dem Urheberrecht bekomme. Also es ist ja so, dass ich bei veröffentlichten Postkarten streng genommen herausfinden müsste, wer diese Fotos gemacht hat und dann die erst 70 Jahre nach dessen Tod verwenden dürfte. Meistens ist es so, der Fotograf ist nicht mehr zu ermitteln. Insofern gehe ich dann von 70 Jahren nach der Erstellung des Fotos aus. Aber das schränkt mich natürlich ein. Und dieses Problem stellt sich natürlich nicht bei Aufnahmen aus dem Familienalbum, wo mir der Eigentümer oder die Eigentümerin das erlaubt, die Verwendung. Also insofern kann ich da auch den Zeitrahmen, den ich hier behandeln kann, ein bisschen in die jüngere Zeit ausdehnen. Und als letztes noch einen Aufruf. Es kommt ja immer mal wieder vor, dass man zu Hause ausmistet und dabei irgendwelche Papiere, Unterlagen, Fotos natürlich auch findet, die aus der Verwandtschaft von verstorbenen Angehörigen vielleicht oder auf sonstigen Wege in den eigenen Besitz gekommen sind. Ich rede natürlich hier von Aufnahmen und Dokumenten, die Hadamar, sowohl die Kernstadt als auch die heutigen Stadtteile betreffen. Also wenn ihr sowas habt und findet und damit nichts anfangen könnt, dann schmeißt es bitte, bitte nicht weg. Oder es kann ja auch passieren, dass man vielleicht ein Haus gekauft hat und da noch von einem Vorbesitzer irgendwelche Kisten mit Zeitungsausschnitten, mit Briefen, mit Fotos aus alten Zeiten findet. Also schmeißt es bitte nicht einfach weg. Es gibt ein Stadtarchiv in Hadamar. Das ist sehr froh, wenn es alte Dokumente übereignet bekommt. Natürlich nehmen die nicht alles. Es ist natürlich auch keine Altpapierhandlung, also jetzt keine alten Zeitungsausschnitte oder Magazine oder sowas in rauen Mengen. Aber Dinge, die Hadamar betreffen, insbesondere Fotos oder Dokumente, die irgendwie amtlich sind oder mit Firmen aus Hadamar zu tun haben, da ist das Stadtarchiv der richtige Ansprechpartner. Entweder geht ihr da über die Stadtverwaltung, die stellen dann den Kontakt her oder gerne könnt ihr auch mich ansprechen. Ich schaue dann auch mal, dass ich da was vermitteln kann. Aber bitte werft solche Sachen nicht weg. Die sind jetzt keine großen Geldbeträge wert, das sicher nicht, aber das hat einen historischen Wert. Das ist sozusagen die Erinnerung, so wie es früher war, die dann einfach im Altpapier verschwinden würde. Und selbst wenn das für euch nicht von Interesse ist, gibt es entweder heute oder vielleicht in 20, 30 Jahren irgendjemanden, der sich entweder wissenschaftlich oder aus Hobbyinteresse genau mit diesem einen Aspekt aus der Geschichte in Hadamar auseinandersetzen will. Und der oder die ist dann sicher froh, wenn diese Dokumente nicht weggeworfen sind. Soweit für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und dann bis demnächst. Macht's gut.